Die Diamanten und Frankreichs zeigt doch 6223 Diamanten. Einige sind selber frei im Jahrzehnt. Wenn Sie aus Baisen sind, hallo Bayern. Franken! Nein, Bayern. Bayern, Bayern. Franken später. Ja, Sie können Rosenheim aus der Grenze von Japan. Da fangen jede Menge rum. Die ist sehr zu empfehlen. Jetzt hoffen wir, dass wir noch mal zur Burg kommen. Von 100 Jahren und jetzt kommen wir zurück zur Tradition. Das ist nur ein Spaß. Selbstverständlich finden Sie hier ein kleines Rathaus. Das zeige ich Ihnen unten an der rechten Seite. Und weiter der letzte Platz, der Hradschani-Platz. Wir gehen jetzt zur Parkaburtsch. Das ist Profite. Das ist der Bestie. Das ist aber eine Brünschung. Das ist nur eine Brünschung. Der frügel ist. Das ist er im Moment. Das ist der Gebäude. Das ist der Böse. 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 Der Böse war im Mittwoody. Jetzt haben wir unsere Böse. Hier ist die Park, super schön gelegen, mit Blick über den Park. Wenn ich davon spreche, sehe ich, Herr Havel war klein wie ich und Herr Kohl. Hier sind wir jetzt in der Pragerburg. Das sind die Wachsoldaten. Hier kommt die Angela Merkel und die dürfen hier den Roten Treffer hoch. Hier sind wir jetzt im Hof von der Pragerburg. Hier wohnt der Präsident oder früherer Kohl. Hier hinten ist der Dom und gegenüber war der Verlast vom Bischof. Hier bin ich denn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.